Okay, ich soll ihn jetzt tätowieren? Oh Gott, nice. Warte mal, Nase wird auch noch gepiercet, nice. Was haben wir noch? Einer geht noch. So, Michael. Michael ist back. Zu Hause. Was ist denn das für ein Bild da hinten? Das ist aber nicht Michael. Was sieht er sich jetzt für ein Film rein, Alter? Oh, guck mal, wer da ist. Ich hab's nicht mehr unter Kontrolle. Ich hab's nicht mehr unter Kontrolle. Was redet der denn, Alter? Das ist ja, was mich immer, was mich immer wundert, dass im Hintergrund mal irgendwas explodiert. Und ich weiß nicht, was, was explodiert. Wormos explodiert im Hintergrund, oder? Ich hab's nicht mehr unter Kontrolle, was du verletzt hast. Und, und zweitens, ich werde einen Job bekommen. Und ich werde zu stoppen, Pott, und so weiter, okay? Ich liebe dich auch, Junge. Jetzt. Geh. Geh einen Job. Ich habe nicht Geld, um dir ein Auto zu kaufen. Besonders, welcher Weg. Ich werde wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder sterben. Bitte nicht sterben, okay? Bitte stirbt nicht, okay? Es ist toll, dass du auch mit dir zusammenkriegst, Dad. Ja. Ist nur Jimmy nach Hause gekommen, oder die Anna noch? Nur Jimmy. Nein, sie ist nicht. Sie ist faszinierend. Ich meine, all diesen mesmerizenden, tantrisen Sex, die sie mit einem viel jüngeren, besseren Bild, mit einem körperlichen und kompassionanten Mann, ist groß und alles. Aber was wird sie für die anderen sechs Stunden des Tages tun? Was zur fuck? Ich bin nur auf dich, du miserabelst, Basterde. Sie ist schade an dich. Sie ist schade, dass du sterben kannst. Sie ist schade, dass du sterben kannst. Und sie will, dass du da gehst und provest, dass du eine Scheiße gibst. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich kann einen Scheiße nehmen. Los geht's. Ich gebe Tracy auf den Weg. Tracy auf der anderen Seite, sie ist ein Star. Ein bisschen. Ein Star? Was denn für ein Star, Alter? Hat er irgendwas verpasst? Ich denke, Mom ist eine Bienenmaschine. Er gibt dich zum Bienenmaschine? What is Bienenmaschine, Alter? Komm, steig ein, Alter. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, let's go. Alter, wir sind ja schon da. Da ist ja wieder der Typ, Alter. Der Yoga-Typ. Was muss sie bezahlen? Gymnastik-Anzug? Was? Ich bin noch nicht weg. Ich werde dir eine Stunde fragen. Wirklich. Michael, mach ihn aber bitte. Schuss, Frauin! Alles für dich, in der Höhung? Was? Was? Ich hab es richtig gut gemacht in der Richtung, du dick. Was ist das? Es gibt viel mehr, wo das kommt, Holmes! Ist er vivo? Ja, er ist gut. Hör, Amanda. Ich will das. Ich möchte dich sagen. Was er versucht zu sagen, Mom, ist, dass er ein pathetiger, verdammt, verdammt und er braucht dich. Und du kannst du viel besser machen, als ein Prima-Danna-Yoga-Instruktor mit einer Anal-Fixation. Oha, jetzt müssen wir zum Seelenklempner wieder. Jetzt kommen da alle hin. Mhm. Los. Getränk mit Zucker, Koffeien und emulgierten Schweinefekten, das ich wollte. So, let's go. Amanda ist auch schon abgehauen. Begib dich zum Tattoo-Studio. Ja, ich muss ja erstmal einsteigen hier. Das funktioniert grad nicht so gut. Let's go. Laszlo? Also ich hab ja auch krasse Tattoos, Alter. Also Michael. So, direkt auf den Sunset-Strip, oder was? Hä? Ich hier richtig? Hier ist ein Tattoo? Ach da. Da ist das Tattoo-Geschäft. So. So weit ihr bitte hier schönes für Tattoos. Ja. Gothic-mäßig. Mhm. Mhm. Okay. Und klar doch. Okay. Ich soll ihn jetzt tatuieren? Oh Gott. Nice. Warte mal. Nase wird auch noch gepierst. Nice. Was haben wir noch? Einer geht noch. Oha. Oha. Ohoho. It looks party. Here, let's get rid of this. Oha. Jetzt wird er noch tatuiert. Oha. 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 Ach so, ich muss da ein bisschen Ich glaube, das wird ein Flugzeug, oder? Oder ein Turm Sieht doch gut aus Das ist ein schönes Tattoo Oh Gott, was Oh oh Das ist mein Markenzeichen Okay Okay Let's go Wie sehe ich aus? Los, alle rein ins Auto Geht los Wir fahren jetzt alle zum Therapeuten Begib dich zu Dr. Friedlanders Praxis Junge Oh, ich bin vorbeigefahren, aber das macht nichts Das ist doch der Seelenklemmtner, oder? Er ist doch da hinten, an der, an der Straße Das ist ganz schön weit entfernt, Alter Ich dachte, eigentlich, da wäre ich schon fast Junge Rauben wir wen aus So Wir machen hier gleich einen Monster-Stunt, Alter Wenn die nicht mal ruhig sind Guck mal Die sagen gar nix, ne? Die sagen gar nix, ne? So Ach, die ist ja schon da Na, dann gehen wir mal Kostet das eigentlich vierfach? Oder zahle ich da nur die Stunde sozusagen? Ja? 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 Äh Warum sind wir jetzt da? Oha Sagt der Typ auch mal was? Wir sind Trailer-Trash, du und ich Wir wurden geteilt, das zu tun Geh ein Zentrum, Michael Du hast kein Zentrum Wie geht's? Du schickst meinen Kacke Oha Ich mach dich alle Hä? Wie sind wir gerade erst gekommen? Wie lang gehen denn da diese Zungen? Fünf Minuten oder was? Ich hab da keinen Progress gesehen, Alter Oh, äh, Michael Ich hoffe, das geht ohne zu sagen, aber Familie-Werke ist ein bisschen mehr schmerz Was? Das ganze zum Quadrat Ich wusste es Es muss ja nicht vierfach so viel Hey So, ihr solltet mich mit mir mit Hause oder was? Ich glaube, wir werden es versuchen Okay, dann Kinder! Kids ins Auto Aber sofort Wir müssen jetzt sofort nach Hause fahren Ich hab grad 4000 Euro Äh, Dollar ausgegeben Für ein Für eine Familiensitzung Wo die Kinder die ganze Zeit Aufs Handy glotzen, Alter Ich mein, die alte, die hätte auch Zuhause an Schränke Wir machen mal ne kurze Abkürzung hier Hippi So geht dat, Freunde, ne? Bin der Actionman Das ist so ne schöne Stadt, Freunde Junge, Yoga-Lehrer, Tennis-Lehrer Alles muss ich bezahlen, ja? Was hab ich bekommen? Nichts Oder der Trash-Guy Oder der Proctologist Oder der Typ, der denkt, er ist Jesus auf Vespucci Beach Oder der hippie Bum, der denkt, die Welt ist enden Wir sind zusammen mit uns Ich meine, wie soll ich erklären, wie wir unsere Todes verabschieden, unsere Namen verabschieden, all die Lagen zu den FIB Das Monster, Trevor Es gibt keine Erklärung von dem Hey, ist er zur nächsten Therapie-Session? Trevor kommt definitiv nicht zur Therapie-Sitzung mit So, wir sind zu Hause, Familie So, wir gehen jetzt rein und kochen was Schönes Und dann gucken wir uns den Film zusammen an Äh, okay Die Kinder sollen durch ihr Zimmer gehen Puh Bestanden, Familienzusammenführung Und, äh, Missionszeit natürlich viel zu lang Also ansonsten Gold, ne? Vielleicht beim nächsten Mal Bis zum 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 nächsten Mal